Moin Moin, liebe PyroStarFarmy und willkommen zum Test der Niko Penthouse. Ja, sieht, 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 sieht geil aus. Ist eine fette 30mm Fächerbatterie. Leider zerfällt der Karton mir schon leicht. Ich kann den komplett aufmachen. So hier, tadaa. Willkommen, treten Sie ein in das Penthouse. Ah, das ist mit Absicht, jetzt verstehe ich das erst. Das wär's ja. 490 Gramm, NEM, 3,5 Kilo, Gewicht. Ja, und dann guck ich mir das mal hier so an. Oh, Leute, guckt euch das an. Das ist ein bisschen scheiße hier, wahrscheinlich eingedrückt, egal. Aber seid einfach mal gespannt. Ich hab sie schon live gesehen, bin überzeugt. Hab sie in der Aktion gekauft und deswegen wünsche ich euch viel Spaß, weil ich sie in der Aktion gekauft hab. Nein, einfach so. So, Penthouse. Jetzt geh ich noch weiter weg. Ja, ganz nett. Das war's mit dem Video. Bis dann und bleib dran. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau, Leute.